Wir müssen jetzt jedem einen Trick. Wir müssen jetzt einmal den Bikons abspeichern und danach machen sie es dann einmal im richtigen Tempo durch und danach zeigen die beiden irgendwie, wie sie es machen, okay? 2, 2, 3, 2! Swag, baby, swag! Yay, come on guys,ãy subscribe, you win! Time to laugh, time to laugh, come it out! Yay! I get one. Okay. Hey! Hey! Like football, like American football. Yeah! How are you? How are you? Huh? Hey! Um... Um... Yeah.